hallo hier ist der martin von moneymonkeys das die DAX Analyse für nun Donnerstag den 12.8.2021 und unser DAX hat jetzt die Ampel auf grün umgestellt haben wir gestern ein bisschen drüber gesprochen hier die grüne die grüne abbiegepfeil lassen sich mal im raum steht wofür der stehen könnte nein wir gucken mal drauf also das ist auf jeden fall erst mal gut was er getan hat das hat bullisch bestätigt ist oben rausgekommen hat unten zweifach angetäuscht das aber nicht rausgekriegt man hat auch das also ich weiß nicht wer bei uns im chat war der hat ich habe das zum kollegen heute geschrieben also so wie die leute drauf sind wer es naheliegend wenn er heute ausbricht wenn er das gesehen hätte wie nervös alle waren der markt 10 30 punkte hin und her und alle total nervös gewesen plötzlich ich habe dann schon geschrieben wir sollen einmal ein ruhig machen das ist nur nur wenig gewesen aber man hat es an den leuten richtig riechen können dass der markt ausbricht also ich finde es immer wieder faszinierend wie er sich das legt und der wird auch einige überrascht haben die dann doch plötzlich auf einmal short drin saßen weil sie sich im kleinteiligen trading mit irgendwelchen 15 punkten zurecht gefriemelt haben weil der markt immer kleiner wird und puff macht auf einmal eine lange oben kerze raus na also ganz typisches markt verhalten hier in dem sinne ich habe in dem moment gar nicht also auch ich habe in dem moment gar nicht damit gerechnet auch wenn ich vorher selber geschrieben habe er hat mich dann auch überrascht aber in dem moment wo er dann halt über 800 stand war dann auch schon ersichtlich entweder der geht jetzt an der 830 durch und er prallt davon zurück und er ist nicht zurückgeprallt es über die 830 dann hat der rücklauf perfekt auf die 810 gestellt höhere höhere tiefs wieder gebaut also prima technisch prima denn wir hoch gestiegen ist und das sei auch jedem gegönnt er dass seine punkte geholt hat das ist einfach so auch wenn ich den dax ja grundsätzlich eher lieber tiefer sehe das wäre so eine ja ich glaube das habe ich in die wiege gelegt das war schon immer so das war schon vor zehn jahren so das ist auch jetzt so es sei es sei darf er trotzdem gerne sich natürlich frei oben austoben die leute da alle erst mal noch ein take profit reinlassen oder eben auch stopps raushauen wo er noch was hat ich habe die zeit ich warte gerne bis er mir die entsprechenden signale dann wieder nach unten liefert hier habe ich momentan keine die mich hier motivieren würden massiv vor zu geben auch wenn ich sagen muss dass der donnerstag also vom timing her wie es sich gelegt hat das ist schon ein bisschen wie soll ich sagen es ist ein bisschen übermütig trifft es nicht ist es ein bisschen leicht mütig leicht fertig leicht fertig es ist leicht fertig dass er sich zum mittwoch rauslegt weil was haben wir jetzt was haben wir die ganzen letzten monate eigentlich so gut wie jede woche gesehen wir haben gesehen der montag bis dienstag bis mittwoch ging in eine richtung und so eine regel immer nach unten dann gab es am donnerstag noch mal ein neues tief und dann ging es donnerstag bis freitag nach oben das hat so gefühlt jede vier also vier von fünf wochen in den letzten wochen monaten sind so gelaufen wenn er jetzt montag dienstag mittwoch oben raus stellt dann liegt es fast nah dass das spiel jetzt einfach umdreht donnerstag noch hoch bringt und dann sich zurück wirft und das da muss ich auch sagen bin ich für donnerstag ein bisschen also ich würde sogar darauf lauern ganz ehrlich würde ich machen nicht weil ich ihn jetzt unbedingt schon tief haben will ich glaube ich wird gar nicht großartig drin rumschotten das wäre mir dafür ist das ist ein log ausbruch jetzt ja ja also da kann man langs probieren aber ich würde genauer hingucken wenn der anfängt rote stundenkerzen zum donnerstag zu werfen insbesondere nach dem nächsten hoch bei 920 bei 940 oder gerade hier so diese also da liegt ja auch irgendwo und der ko schein den wir immer drin hatten der ist ja auch schon runtergerutscht von hier keine ahnung wo man angefangen hat 16.150 der müsste jetzt auch schon hier bei 79 oder so stellen leute die jetzt nicht hier über 800 oder über 37 oder 650 überall da wo man gesagt haben hier ist jetzt eher long da sollte man schon zurückziehen kopf einziehen haben wir immer wieder betont leute die das nicht gemacht haben die durften da abgeräumt werden und wahrscheinlich nicht nur die das das geht ja über uns hinaus dass das menschendenken einfach so das ist instinkt man möchte verluste nicht realisieren und dann dann passiert das einfach die sind dann böse auf mich in dem moment wo das dann kommt und so weiter am ende ist es trotzdem immer wieder ein stop loss der ein form mehr verlusten geholfen hätte ganz egal ob man analysen guckt oder nicht sind immer die verlust auch wenn das keiner in dem moment hören will und man da erst mal ein zwei tage dann sich sacken lassen muss wenn man da oben jetzt rausgeräumt wird ich weiß dass wie das ist ich habe früher auch nach anderen fremden analysen getradet als ich auch noch richtig in die scheiße gegriffen habe ich kenne das ich kenne das gut ich verstehe da jeden da da auch auf mich böse bist du denn ich nehme das auch nicht persönlich weiß ja wo es ein bisschen herkommt aber auch wenn wir die pfeile angucken das was gesagt wurde ja ich ja ihr wisst ja was was ich meine also punkt ist der dachs hat jetzt hier eine möglichkeit relativ einfach noch stopp zu kicken das ist für den jetzt nicht schwer naja muss einfach neues hoch antriggern und dann springt er von stopp zu stopp eingestand dann ist es ja so dass der eine stopp den nächsten stopp eintriggert weil um einen stopp loss einer short position zu ziehen muss ein kauf am markt getätigt werden ja wenn ich short bin wenn ich verkauft habe und ich für die position auflösen also ich bin minus 1 oder 10 oder 100 ist ja vollkommen egal und ich will auf 0 dann brauche ich plus 1 plus 10 oder plus 100 das heißt in dem moment wo ich ein short auflöse drücke ich selber auf den markt noch mal nach oben ja dann kommt dann ein kauf rein der schiebt den markt selber noch mal weiter hoch und dort steht der nächste dessen short dann auflöst und dann drückt es sich einfach so eine kleine shortwelle ich glaube die erste haben wir uns ein bisschen das sah das schon so nah nach aus er ist auf die 890 gegangen 890 hat man glaube ich auch oft genug immer wieder mit genannt also die sollte jetzt keine überrascht haben wenn er über 800 rüber geht 830 und über 830 war die 890 und dann das nächste ziel sollte ja die 49 sein die steht jetzt noch aus und ich könnte mir gut vorstellen dass wir zum donnerstag dran springen vielleicht sogar gleich früh dran springen und dass der torschoss das potenzial hat zum donnerstag zu kollabieren also das das gegenteil von dem was wir die ganzen letzten monate immer gesehen haben und das war das sah immer so aus dass der markt hier runter ist runter 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 der hat gibt es hier irgendwie so ein fahrt werkzeug oder sowas habe ich hier irgendwie sowas sowas schon mal gesehen bei jemandem das gibt es bestimmt wartet mal ganz kurz gucken ein fahrt werkzeug fahrt werkzeug ein fahrt werkzeug hier er hatte die letzten monate kam immer so positiv rein dann dann das so montag früh dann hat er sich so ein bisschen rum gedubbelt dann kam es immer noch am dienstag noch mal ein bisschen ins tief rein dann ging es wieder ein bisschen hoch dann mit dem mittag wieder zur seite dann hat er donnerstag immer so richtig schön noch mal unten auf irgend so ein widerstand und dann ging ja komplett durch seitwärts freitag und dann hat er freitag noch mal drauf gelegt bis die woche wieder grün war das waren die letzten wochen und wenn wir das jetzt drehen ist es genau das was wir jetzt andersrum haben und deswegen würde ich fast denken dass der dax wirklich potenzial hätte auch in so eine richtung hier was was reinzulegen halten es ist einfach den hier macht so in die richtung also wird da schon ein bisschen bisschen aufpassen jetzt hier in dem oberen bereich mit short natürlich jetzt sehr sehr vorsichtig agieren hier oben liegen viele viele niveaus der kann der kann durchplauzen ohne ende der kann auch über die 16.000 jetzt rennen der ist jetzt im ausbruch drin das heißt solange da grüne kerzen sind stundenkerzen auch heißt es im zweifel erst mal weiter nach oben wenn er dann aber anfängt richtig fett nach unten zu bersten also so richtig so richtig doll zu drücken idealerweise nachdem die stopps hier alle weggeräumt werden also ich würde vielleicht sogar ein bisschen höher legen weil sowas holt sich der markt in der regel immer halt das ist ganz selten dass sowas mal stehen lässt ich gehe jetzt hier noch ein bisschen höher also das das würde ich mir sehr gut vorstellen und dann wäre die station tatsächlich eher der bereich um ja fast schon 670 müsste man sagen also wenn er von oben komplett durch zieht ist es die 670 ansonsten ist die 800 jetzt das niveau was gehalten werden muss alles was über 800 bleibt es positiv ja das kann im zweifel sogar bis 16 20 das kann bis 16.100 ich sage jetzt mal auch 20 gehen und das kann im extrem sogar bis hier hoch in die in die in der als pullback quasi an diesen alten an diesen alten kleinen aufwärts trend hier hank also kann ich selbst das ist realistisch ne das sind ja nur 350 punkte knapp das ist für zwei tage kein hexenwerk ja aber solange der dax jetzt hier nach oben treibt ja und grün ist im zweifel ausbruch short lawine short squeeze und so weiter dennoch beachtet mir bitte wir haben verschiedene aspekte hier drin die mir sagen ich würde zum donnerstag bisschen auf der hut sein das eine ist der einfach der donnerstag als solcher das ist immer also der hackt immer ganz schön in beide richtungen wir haben das die letzten wochen eher andersrum gesehen das immer nach unten ausgeschlagen hat und dann ganz lang nach oben der kann das aber auch genau andersrum machen das ist vollkommen egal donnerstag ist das ist kein weiß nicht das ist kein dienstag wo eine regel nur eine bestimmte richtung funktioniert die donnerstags regelmäßigkeiten die sind beiden seiten gültig ja das ist auf beiden seiten gültig und funktioniert auch auf beiden seiten ja also deswegen würde ich ein bisschen aufpassen aber auch die tatsache dass wir im tagesschart seit monaten seit monaten wirklich schon jedes neue hoch wenn wir jetzt sagen wir nehmen wir wir oder warte mal ich kann ja mit euch einen ich kann ja mit euch hier so ein dings machen dass man sagen kann wir wir gehen mal einfach zurück blenden das mal hier kurz aus und gucken legen hier einfach jetzt mal es ist jetzt natürlich cool legen jetzt hier mal was drüber ich mache mal hier play und ich lege mal hier das maus dings einfach da drüber wenn wir uns mal angucken wie die letzten allzeithochs einfach gekommen sind dann ist jetzt ein neues allzeithoch dann würde ich jetzt hier drüber sehen und ihr seht der markt geht von dem allzeithoch weg so wir beobachten den mal weiter was hat er die letzten monate und tage macht ich beschleunige das mal ein bisschen dass das hier nicht so lange dauert dass wir hier nicht noch 20 minuten dran setzen so dass es war erstmal das letzte allzeithoch hier war es bei 15 17 so und da sehen wir schon das waren gut 600 punkte so jetzt rennt er aufs nächste an auch nicht hingekriegt doppelboden gestellt jetzt aber allzeit hoch gekommen abverkauft so jetzt nehmen wir hoch jetzt ist das ist allzeithoch neues allzeithoch gekommen abverkauft jetzt ist das das neue allzeithoch ein neues allzeithoch gekommen und wegverkauft neues allzeithoch gekommen wegverkauft jetzt ist das das aktuelle allzeithoch neues allzeithoch wegverkauft wieder runter ja also und das das geht noch weiter wir sind ja nicht heute so wann kommt das nächste allzeithoch ja müsste jetzt eigentlich mal kommen oder ist es das aktuelle jetzt da neues allzeithoch was macht der markt wegverkaufen na also so und zwar deutlich naja waren gut 600 punkte 700 punkte und jetzt kommt das nächste allzeithoch das heißt bleibt es sich dem treu in dem was er wirklich seit april hier macht dann muss man aufpassen weil jetzt ist das das neue allzeithoch ja und das heißt wirklich dass man hier aufpassen muss ja man muss jetzt hier aufpassen wenn er wieder anfängt weg zu verkaufen weil wenn er hier sich jetzt wieder so rum eiert dann geht er wieder tiefer und er hat jetzt die letzten male also von hier an ist ja so fallende tiefs nicht so wirklich drin gewesen die sind immer höher gekommen mit jedem allzeithoch was abverkauft wurde sind die höher gekommen aber hier das letzte das hat schon ein neueres tief eingefordert das heißt wenn er jetzt wieder abverkauft also ich weiß nicht irgendwann geht er nach richtung 200 taglinie zurück um sich da einfach ein bisschen schwung mehr zu holen wenn er dann jetzt wieder abverkauft wird wisst ihr weil er probiert es ja immer wieder runter und dann kommt er oben nicht raus und dann muss er irgendwas anders machen ne und dann geht er dann geht er halt auch mal richtig zurück ja und deswegen würde ich da wirklich aufpassen wenn der wenn der wegdreht einfach wenn da jetzt eine rote tackles katze hinterher kommt kann man fast davon ausgehen dass er erst mal wieder mit zum mittleren band zurückläuft ja und deswegen da einfach also das ist so der punkt wo ich sage wir haben einen ausbruch der ist jetzt primär erst mal aktiv das heißt es ist ein kaufsignal ein neues allzeithoch auch ein kaufsignal das jetzt nach oben zeigt aber wir sollten die möglichkeit dass wir untergeordnet in den chart gucken können wie auf zwei stunden und stunden eben auch nutzen um eben zu erkennen wenn der vorher abdreht ja und da würde ich wirklich sagen rote kerzen rote stunden kerzen sollte man schon abwarten ne aber wenn der welche bringt gegebenenfalls doch mal in betracht ziehen dass der deutlicher auch ein bisschen zurücksetzen kann nicht wenn es nur so eine flachen seitwärts kerzen sind das ist egal ne wenn der einfach oben irgendwie keine ahnung bleibt jetzt hier bei 49 und schiebt hier jetzt fünf stunden zur seite das ist egal dann kommt er hinten raus macht er dann auch hier wieder hoch an die 620 ne das ist nicht schlimm aber wenn er anfängt zu stoßen rote wirklich signalkräftige kerzen zu werfen woche schöne umkehrsignale ähm dann dann würde ich hier einfach wirklich aufpassen weil auf tagessicht wurden alle allzeithoch zumal wieder abverkauft wir haben die donnerstagszyklik und das kann locker nochmal bis 800 und ehrlich auch bis 7 10 670 runtergehen auch wenn das krass wirkt jetzt oder übertrieben wirkt aber das wäre für einen donnerstag nicht ungewöhnlich 87 minimum wenn er wirklich stress machen will ja und von daher achte schön drauf bleibt er ruhig oder kriegt der stress hier oben rein bringt er lange rote kerzen und dann durchaus 87 würde ich einplan ja wenn er ruhig bleibt ganz stabil und das hält dann ist das okay dann gerne weiter auf 16 22 16 1 20 das ist alles okay das darf er alles ganz gerne machen ich würde bloß jetzt wie gesagt zum donnerstag einfach ein bisschen aufpassen weil das sind zu viele sachen die das jetzt einfach anbieten und unser dachs ist ja einfach mal so ein kleines mistvieh ja jetzt freuen sich alle die hier wochenlang in ihren longs drin gesessen haben und an 10 geknappert haben ob vielleicht die anderen doch recht haben und der mag nicht da jetzt doch vielleicht fällt den schwachen und die freuen sich jetzt natürlich wie honigkuchen fährt und unser dachs tritt solchen gerne wie so ein pferd einfach mal schön ins gesicht naja also von daher ich würde ein bisschen aufpassen aber es ist ein ausbruch der ist aktiv bei grünen kerzen beispielsweise biederlage long wenn rücksetzer sachte kommen und er drückt dort kräftige grüne kerzen danach hinter auch lang ganz klar short für mich hier eher nicht zu favorisieren nur wirklich wenn richtig bis rein kommt wenn du richtig siehst wo jetzt haben sie sich aber einfach übernommen die käufer und jetzt drückt den das komplett wieder zurück das erkennt man das erkennt man per auge haben wenn er dann nur flach zur seite stehen bleibt dann ist das kein bis dann ist das kein rückdrücken muss man sich nicht selber anschwindeln und sagen naja jetzt gehe ich aber short und der wird jetzt hier immer langsamer der kommt jetzt hier nicht weiter nee der steigt dann trotzdem weiter der kommt nur runter wenn da bis rein kommt wenn die verkäufer sehen dass die anderen verkäufer dort richtig rein buttern und das wegdrücken das ding dann steigen die anderen auch mit ein dann ziehen sich auch käufer zurück weil sie dann keinen bock drauf haben und neun auf jeden ausbruch und dann fällt der markt auch ja aber das muss man sehen wenn man es nicht sieht wenn man es nicht sieht dann fällt es auch nicht dann steigt er weiter ja und da passt ein bisschen auf das sind ausbruch ausbrüche aus seitwärtsphasen sind immer so kritische phasen wo viele geld verlieren und wo auch eine hohe frustschwelle einfach da ist das ist so na also wie gesagt der eine oder andere der da vielleicht jetzt ein bisschen zu doll auf die fresse kriegt schaut nochmal in ruhe dann mit einem stop loss wie man hätte vielleicht was absichern können ab woher war es eigentlich vielleicht eher absehbar dass man rausgekegelt wird na ähm dass man dass man beim nächsten mal besser macht halt ne nicht weil hinterher immer alle schlauer sind sondern muss ich ja für das nächste mal irgendwie ein bisschen bessern verbessern einfach ne ich bin ganz froh dass mir im chat einige die hier so unterwegs waren von wegen ich mache alles hier jetzt ohne stop loss dass ich die ein bisschen eingefangen habe ja dass die mir jetzt hier nicht alle oben raus wieder nur auf die fresse kriegen aber es lassen sich auch immer nicht alle einfangen ne das ist einfach so sonst funktioniert doch der markt nicht muss ja so funktionieren es müssen ja mehr leute geld verlieren als die wenigen reichen die ohne hund schon genug kohle haben die dann einfach noch mehr kriegen das von den vielen die das geld verlieren das dafür ist der böse da ja das ist grundgesetz und wer merkt der schafft es nicht auf die richtige seite ja auch nicht mit guter hilfe sollte dann vielleicht überlegen ob das ja ob man nicht vielleicht irgendwas mal ein bisschen anders macht oder es halt sein lässt gut vorne damit würde ich hier zu machen ich denke war auch ausgiebig genug ist mir an solchen tagen einfach wichtig ein bisschen länger auch drüber zu sprechen weil ich weiß dass aus erfahrung wir machen das lange genug jetzt schon das sind tage auch der mittwoch jetzt und das sind tage wo die meisten wo es kritisch wird wo es richtig kritisch wird ja und wo dann auch richtig viel geld über die planke gehen kann nämlich wenn der markt einfach dann nicht mehr umdreht und weiter läuft und vielleicht auch nicht bei 16.200 sondern vielleicht bis 16.500 jetzt durch rennen das sind so die momente wo die meisten richtig 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 auf die schnauze kriegen und deswegen sage ich auch immer wieder lieber wenn so bullige signale kommen wie das jetzt hier einfach schon bei zeiten ja so ein niveau oder auch hier zum ausbruch einfach im kopf runter nehmen vielleicht eine position erstmal rausnehmen das kann man immer noch wieder einstellen wenn wenn der dann hart nach unten raus dreht wenn dann wieder die fetten roten kerzen kommen kann ich immer noch einen shot aufsetzen aber in der bewegung dann wenn jetzt nicht doch nichts warum soll man so 600 punkte sich dann aussitzen und angucken die 600 punkte kann ich mir auch sparen wenn ich eh weiß dass weitergeht da muss ich nicht sagen der trade ist langfristig ja bezahlt ich habe platz warum kann doch auch einfach das aussitzen na also was aussitzen im sinne von ich bin halt in der phase dann nicht investiert bis eben wieder schöne witzige kerzen in die andere richtung okay gut achtet mir hier wirklich bis zum donnerstag rote stunden kerzen behaltet das im blick und ansonsten hol dich den grünen kerzen na ich glaube ein besseres abschlusswort kann man gar nicht finden ich wünsche euch was viel erfolg